Wir befinden uns hier auf der A24 zwischen der Anschlussstelle Witzhabe Richtung Berlin zur Abfahrt Schwarzenbeeg. Hier kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw mit einer eingeklemmten verletzten Person. Gemeinsam mit der Feuerwehr Uhe und dem Rettungsdienst haben wir diese Person aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr Witzhabe mit 18 Kameraden und die Feuerwehr Uhe mit 15 Kameraden. Für uns war nur zu sehen, dass es mehrere Einschläge im Knick und in der Leitplanke gab. Die Schwierigkeit ist heute bei diesen neuen Fahrzeugen die extrem stabile Bauweise, die natürlich für den Insassen besonderen Schutz gibt. Für uns aber die Schwierigkeit birgt, dass das Aufschneiden und Retten der Person länger dauert. Das Schneiden selber hat nicht so lange gedauert. Die Vorarbeit des Rettungsdienstes war wichtiger. Erst nachdem der Notarzt gesagt hat, dass wir anfangen, haben wir angefangen zu schneiden. Das Schneiden selber hat nicht so lange gedauert. Vielen Dank.